So und damit herzlich willkommen zu diesem Bugs Bunny Tutorial. Als allererstes werde ich euch zeigen welche Vorteile ihr auf Bugs Bunny mitnehmen müsst. Anschließend zeige ich euch noch die ganzen Fähigkeiten von Bugs Bunny und zum Schluss noch ein oder zwei Kombos, die ihr mit Bugs Bunny eigentlich jede Runde ganz gut ausführen könnt, ohne dass ihr wirklich viel mit Bugs Bunny, sag ich mal, können müsst. Bugs Bunny ist von der Klasse her ein Mage, wie wir hier sehen können. Er hat die Klasse Magier, ihr könnt es oben rechts an seinem, an seinem kleinen Abzeichen da erkennen, der hat da hier so einen Kometen drauf und das heißt, dass er halt ein Magier ist von der Klasse her. Ist wirklich ein super solider Charakter, würde ich jedem ans Herz legen. Ist am Anfang vielleicht ein bisschen schwierig zu spielen, aber wenn man den ein paar mal trainiert hat, geht das eigentlich wirklich sehr sehr gut. Ich habe den jetzt in der Pre-Season sehr sehr oft gespielt und ist wirklich einer meiner Lieblingscharakter. Von den Perks würde ich auf jeden Fall Verweilen der Liebe mitnehmen. Hier als Hauptperk. Den schaltet ihr ein bisschen später frei, solange müsst ihr halt Lass mich durch Dock nehmen. Ist aber recht irrelevant, diese Fähigkeit finde ich. Da ist wirklich Verweilen der Liebe deutlich besser, kann wirklich ein Game Changer sein, diese Fähigkeit. Die würde ich wirklich immer mitnehmen. Also ist wirklich die Main-Fähigkeit finde ich. Hier bei den kleinen Perks könnt ihr euch wirklich aussuchen, was ihr nehmt, je nachdem worauf ihr halt mehr Bock habt. Ich nehme hier auf jeden Fall den Dreifachsprung immer mit. Der ist wirklich sehr sehr strong. Die anderen beiden könnt ihr euch wirklich aussuchen, je nachdem, was ihr gerne habt. So, ich zeige euch jetzt mal ganz kurz die Fähigkeiten von Bugs Bunny. Wir fangen mit seinen neutralen Attacks mit den Viereck-Attacken mal ganz simpel an. Einmal Nuschel-Attack, ganz normal hier. Einmal Viereck antippen, habt ihr hier so einen Hammer-Attack. Den könnt ihr auch aufchargen und habt dann einen stärkeren Angriff. Der ist eigentlich super gut, um den Gegner aufzufinischen. Wenn der Gegner schon viele Prozent hat, könnt ihr damit auch super gut von der Map stoßen. Ist wirklich eine sehr sehr starke Fähigkeit. Dann haben wir hier noch die seitliche Vierecks-Fähigkeit, die seitliche neutrale Fähigkeit, indem ihr hier einfach Joystick in eine gewisse Richtung drücken und dann Viereck. Dann habt ihr hier so eine Reihe an Schlägen, die Bugs Bunny ausführt. Die leuchten auch euer Lila und das bedeutet dann, dass er damit halt die Armor vom Gegner breaken kann, wie ihr sehen könnt. Hier habt ihr dann so einen Buff bzw. den Gegner einen Debuff, was wirklich eine super solide Fähigkeit ist. Ihr könnt die auch aneinander rein, zack zack, bam. Dann habt ihr hier so eine schöne kleine Kombo, die ihr dann machen könnt. Dann haben wir noch Jump Viereck nach oben. Habt ihr hier so einen Baseball-Attack, der auch wirklich super gut ist, um die Gegner von der Map zu knocken. Dann haben wir noch hier einen schönen Jump, seitlichen Attack, den ihr chargen könnt. Jump, wieder zur Seite drücken, Viereck, Chargen. Wir können den Joystick nach oben drücken und Viereck gedrückt halten. Zack, haben hier so einen Kick nach oben und können damit die Gegner auch sehr gut off-finishen und sie nach oben kicken. So, dann haben wir noch die Fähigkeit, indem wir nach unten und Viereck drücken. Das ist eine besondere Fähigkeit von Bugs Bunny. Er holt hier diesen Kuchen raus, den er dann ready hat und wenn ihr dann nochmal nach unten und Viereck drückt, schmeißt ihr diesen dann. Ihr seht, der Gegner ist dann verlangsamt und kriegt auch eigentlich ganz gut Damage für ein Projektil. Es fliegt halt nur sehr langsam, aber das ist sogar gar nicht mal so schlecht, dass es so langsam ist, weil das Projektil dann halt einfach länger auf der Map bleibt, was auch sehr sehr gut in solchen Games sein kann. In einem Duo Match, wenn ihr dann zusammen mit einem Teampartner spielt und der Kuchen ihn dann trifft, dann wird der Mate von euch geheilt, was auch sehr sehr cool sein kann. Dann kommen wir mal zu seinen Spezialangriffen auf Dreieck. Die sind auch super cool, wenn wir hier Dreieck drücken, wird so ein Target auf den Boden gelegt und ein Tresor kommt von oben runter. Den können wir dann auf den Gegner draufkicken. Ganz wichtig, der Gegner kann diesen Tresor nicht benutzen. Nur ihr könnt diesen Tresor rumschubsen, der Gegner kann das nicht. So, ihr könnt diesen Tresor übrigens auch kaputt machen. Wie ihr seht, er bekommt immer mehr Risse, je mehr Schläge wir draufhauen und irgendwann mal bricht dieser Tresor halt in sich zusammen und lässt hier so ein Item droppen. Hier so Miesix, jetzt habe ich es verkackt aufzuheben, aber ihr seht es, es droppt immer wieder ein Random Item. Also da kann wirklich alles mögliche drin sein. Das gibt halt Bugs Bunny so ein bisschen diesen Mage-Faktor. Ihr könnt auch zum Beispiel, wenn ihr einfach nur croucht, also einfach nur den Joystick nach unten drückt, macht ihr hier so eine Kiste und könnt da auch ein Random Item bekommen. Hat aber alles seine Cooldown, werde ich euch auch gleich zeigen. Also die könnt ihr nicht unendlich spammen diese ganzen Fähigkeiten. Dann haben wir hier Jump, Dreieck, da malt ihr diesen Tresor und dann kommt der viel viel schneller auf den Boden an, als wenn ihr ihn hier so normal platziert. Hier zum Vergleich, normal, Jump. Sofort da. Er hat noch einen Raketenangriff, der auch super cool ist. Sprung, Seite, Dreieck, Sprung, Joystick zur Seite, Dreieck und dann habt ihr hier so eine Rakete, auf der ihr auch surfen könnt und auch den Gegner damit damagen könnt. Eure Teammates können auch auf der fliegen. Könnt ihr auch nach oben machen, diese Rakete. Ist eigentlich auch eine super solide Fähigkeit. Die kommt dann auch irgendwann mal wieder nach unten, diese Rakete. Dann haben wir noch Joystick nach unten, Dreieck. Bugs Bunny macht damit einen Tunnel, springt dann raus auf der anderen Seite. Den Tunnel könnt ihr auch immer benutzen. Auch eure Mates können den benutzen und ihr könnt damit sogar euren Tresor oder die Rakete zum Beispiel durchschicken. Was auch wirklich super cool ist und viele viele Plays ermöglicht. Dann haben wir eine der wichtigsten Fähigkeiten von Bugs Bunny, weswegen wir auch dieses Perk dabei haben. Den Kuss. Ihr seht, fasziniert. Der Gegner kann sich in der Zeit nicht wehren und kann direkt ein Hit. Seite, Dreieck. Also rechts oder links, Dreieck. Gegner ist fasziniert, kann sich nicht wehren. Weil wir den Perk dabei haben, bleibt hier in der Luft ein Herz übrig. Das ist normal nicht so der Fall. Das heißt, es würde da einfach nur nicht bleiben. Es wäre einfach nur ein paar Millisekunden da. In dieser Zeit muss man den Gegner halt instant treffenmäßig hier sofort treffen, sonst trifft die Fähigkeit nicht. Hier, die bleibt nämlich ein paar Sekunden in der Luft, aber charmt den Gegner dann dafür auch nicht so lang. Was aber kein Problem ist, weil wir können damit zum Beispiel super gute Plays machen, wenn der Gegner versucht zum Beispiel wieder auf die Plattform zurückzukommen. Könnt ihr da hier ein Herz platzieren. Er muss wohl oder übel teilweise da reinlaufen und dann könnt ihr ihn komplett von der Map runterkicken. Was eine super super solide Kombo ist und wirklich unzählige Leute habe ich damit auch schon runtergeschubst. Was echt eine super super stabile Fähigkeit ist. Dann zeige ich euch noch ganz kurz die Cooldowns. Und zwar das Item nach unten hat eine Cooldown, wie ihr sehen könnt. Es leuchtet nämlich da unten, habt ihr so eine Anzeige und wenn die voll ist, ist das Item wieder zur Verfügung. Genau das gleiche gilt für den Tresor, für die Rakete und für euren Tunnel. Wie ihr sehen könnt, alles hat eine Cooldown und ihr seht das Item zum Beispiel gerade erlischt. Können wir wieder benutzen. Also ihr müsst da wirklich immer auf eure Cooldowns achten und dafür sind halt diese ganzen Anzeigen da eben da. Genau das war es dann auch schon mit den Fähigkeiten. Ich würde euch jetzt noch gegen Ende noch kurz die Kombos zeigen, die ich meinte. Das eine ist eine stinknormale Basic-Kombo, die eigentlich so gut wie jeder Charakter machen kann. Und das andere ist eine Kombo mit dem Herz am Rand, was ich angesprochen habe. Werde ich euch dann ganz kurz zeigen und bis dahin hoffe ich euch hat das Tutorial gefallen. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal für mehr Multiversus-Content. Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht und ich konnte euch damit weiterhelfen und ich freue mich auf euch. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020